Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Tomb Raider Legend. Ich muss das mal hier ein bisschen lasst umstellen. Maus und Tastatur ist mein bester Freund. Mikro mal eben noch ein bisschen zurecht drücken. So, dann kann das Ganze auch starten. Ich hoffe, ich kann mit Maus und Tastatur immer noch gut spielen. Neh, sehr witzig. Ähm, wie war das nochmal? Ah ja. Das war nicht schwungvoll genug, Lara. Ja, Maus und Tastatur, wie gesagt, mein bester Freund. Aber ich hab so viel Spaß mit der Maus und der Tastatur. Ach, nicht loslassen, Lara. Ich hab aus Versehen die Leertaste gedrückt. Mein Fehler, mein Fehler. Ich hoffe, die hält es auch fest, solange ich... Nein, 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 nicht der Tastatur. Nee, der Tastatur. Bing dich, Lara. Schön, dass du es geschafft hast. Oh ja. Das riecht mir doch nach mehr Fallen. Ja, ich muss auf die Uhr gucken. Wo ist meine Ruhe? Was ist das für ein Krempel? Damit bringt man Material weiter in den Berg hinein. Die antiken Baumeister mussten gelegentlich schwere Steinformationen umgehen. Einen kleinen Moment. So, mein Handy ist nämlich fast leer. Da muss ich jetzt noch schnell laden. Das hätte ich auch vorher machen können. Wenn ich weiß, aber... Da hört man's schon. Egal. Ah, fuck. Wie soll ich meine Tastatur hier halten? Scheiße. Sorry, dass das jetzt... ...kurz etwas länger dauert. Bis es wieder weiter geht. Denn ich hab so'n kleines... Nein, Lara. Aus. Ah, die ganzen Kabel hier stören mich grad. Ah, sorry. Ich hoffe, jetzt kann ich besser spielen. Tastatur steht mir eigentlich jetzt echt noch auf meinem Schoß. Hat ja eigentlich auch vor, mit Vanillekeks Tomb Raider 3 mit aufzunehmen. Aber... Da das Ganze hier ein bisschen provisorisch ist, wollte ich das Ganze noch nicht so machen. Weil ich kann ja... Meine Stimme kann ich ja eigentlich noch ruhig ersetzen. Ich weiß nicht, ob das bei... ...dann auch in ihrer Aufnahme hätte machen können. Weil... ...das Mikro ist schon ein bisschen zu weit weg und äh... Ah ja, jetzt weiß ich, was kommt. Nee, weiß ich nicht. Okay. Ach so, ja, stimmt. Jetzt sind wir jetzt zurückgeschlagen. Ah. Nein. Ah. Ah. Nein. Was mach ich denn da für'n Scheiß. Glaubt mir mit... Mit... Wenn ich Controller hätte, wäre das alles kein Problem. Ich bin zurückgelaufen. Das war mein Fehler. Ich habe mich schon gefunden. Vergeude nur... ...eure Zeit. Ich habe mich schon gefunden. Ja, ja, ich weiß. So. Ach, kommt bla 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 bla. Ja, ich weiß. Der ist vorhin auch so ran gesoomt. Was ist das für ein Krempel? Damit bringt man Material weiter in den Berg hinein. Die antiken Baumeister mussten gelegentlich schwere Steinformationen umgehen. Und hepp. Ah. So geht's. Mal ein bisschen runterrutschen. So. Bin ich denn hier gelandet? Also dieses Level ist auf jeden Fall noch nicht mal blind. Deswegen steht er auch noch nicht blind da. Entschuldigung. Wasser? Och nein! Nicht unter Wasser! Ich hasse das. Ganz ehrlich. Tomb Raider unter Wasser? Nee, 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 nee. Ich hab... Ich glaub bei den älteren Top Raider teilen weder ich mich... Oh, 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 oh. Hoch, 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 ow, lah, 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 schnell. Boah, war das knapp. Die werden mir beinahe ersossen. Obwohl ich glaub ich verliere erst Gesundheit. Ich bin mir aber nicht sicher. Doch ist das hier drin? Nein, das ist mein neues Haustier Hallo Ah Wo ist es? Ah Ich sehe es nicht Ist es tot? Nein, ist es nicht Ist es nicht tot, ist es ganz und gar nicht tot Ach, du sollst schießen Jetzt ist es tot Es ist unglaublich, dass Raubtiere Beute angreifen, die größer ist als sie Und schade Ist doch schade Was mache ich denn da? Man zerquetscht mich, na super Macht der schon wieder Lässt du mich mal in Ruhe Ich stirb einfach Es ist unglaublich, dass Raubtiere Beute angreifen, die größer ist als sie Ich stelle mir ja ungeschickt hier an Da war der letzte Part ja noch besser Äh, okay, so Jetzt laufen Dann Komm schon Ouf Na, komm mal ja Nein Laura Alright Ufff Ja Ja Da komm ich nie wieder zurück Nie Mal Ich hoffe Ich hab jetzt nicht Probleme beim zurückgehen Aber ich muss hoffentlich auch nicht zurück Du scheinst voranzukommen Ja Arbeit sie Mit Geduld und Wahrscheinlichkeit Hä Das ist ein Mechanismus Das ist ein Mechanismus Ach was mach ich denn da Hm Das ist ein Mechanismus Ja Wie weiter Wie werden wir den Mechanismus los Ok Ich steck das Ding mal weg Oh das wird noch lustig Ok Ok Die Steuerung Ich Ich hatte eigentlich nur vor Lass Lass Du sollst loslassen Du sollst da runter Ich geh da Runter genau Eigentlich hatte ich vor gehabt 5 Parts zu machen aber Wow 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 Mein Freund mein Freund mein Freund Alter Alter willst du mich verarschen so schießen damit die Waffe nicht gleich wieder weg geht Ich bin tot Nein noch nicht Noch nicht Weg hier Lara Rauf da Da geht er nicht rauf Wow Wow Yay Yay Witter Ah fuck Das ist kein gutes Jagdrevier mein Freund Höhöhöhöhöhöhöh Lara Das ist jetzt nicht Die Zeit Für Witze Kiste Wie war das nochmal mit der Kiste Ich glaub Hopp Jetzt kann ich hier rauf Kann ich eigentlich hier schon versuchen Lara Danke Witzig Nee 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 Ich muss das Ding ja da hinkriegen Ich muss das Ding ja da hinkriegen Okay Okay dann Okay dann Muss ich da mit vollem Karacho rauf springen Okay Ich Hii Ja Wow Lara wie viel wiegst du bitte Alter Das Ding ist ja 10 Kilometer aufgeflogen Alter Wtf 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 Lara Lara muss ja richtig voll viel Wiegen Ey Das Wtf 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 Später Geh da runter Lara Danke Das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Kiste Das ist echt phänomenal Habt ihr gesehen wie die Kiste verflogen ist? Die Kiste Alter Sehen wir uns das ganze nochmal an In der anderen Kiste Diese Kiste ist schon reich Äh Scheiße Ich stelle mich wirklich so dumm an Das kann doch nicht immer an die Steuerung liegen Ah Seidenwechsel Ich schieb das Ding doch nicht jetzt Nein, nein, nein Okay Reicht so und jetzt Lara mit ihrem Übergewicht Also Die hat Äh Hoppa Wuhu Alter Jetzt mal ernsthaft Selbst ein Big Show würde nicht so so hoch die Kiste schleudern lassen eigentlich Phänomenal Alter Yes Yes Alles Und dann steht da noch eine Kiste Ah Ich musste zwei hier hoch bringen und Och nö, 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 nö Werde einst mit der Kamera Mann, wir sind da irre Das war damals sicher noch nicht so, als hier alles funktionierte Was wir hier tausend Jahre später sehen, ist nur die abgespeckte Version Was sagt die Uhr Was sagt die Uhr Die sagt noch ein bisschen Zeit, haben wir Was sagt die Uhr Wie war das nochmal mit E? Ich hab's wieder vergessen, aber das E hab ich gedrückt, nur leider zu spät. So, jetzt aber. Ich will an der Kette. Ran. Ja. Gut so, Lara. F. Ich will den Dumpf lassen. Ähm. A. Ich wollte schon sagen. Ach, okay. Puh. Kandidat kriegt tausend Punkte. Das hätte ich auch auf der anderen Seite machen können. Nein, hätte ich nicht. Ich glaube, da ist die Stange. Nee, das wäre anders abgelaufen, oder? Ach nee, da komme ich zu einem anderen... Ah, okay. Ja, ich sehe das Secret. Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, ist das euer fucking Ernst? Lara! Das war ja einfach. Ja, und ich atme noch. Ich will mal sehen, wie du... Ob du noch atmest, wenn du nicht ganz gewesen wärst, wenn du nur noch Hälfte wärst. Tja, äh, runter? Okay. So. Ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ich knurrt doch was. Da will mich doch wieder was frühstücken. Ah, Mann! No, Flora! Oh, fuck! Fuck! Vorhin waren so viele... So viele Erste-Hilfe-Dings. Erste-Hilfe... Ah, Kasten! Ja, genau, Lara! Zeig uns, was du hast. Ey, das war nur unbeabsicht... Ich kann schon wieder nicht reden. Ähm... Klar, Kamera. Lass sie sehen, was passiert. Das ist das Zentrum des Fensteren-Imperiums. Von all denen steht nichts in den Büchern, aber ich denke, die Teile hatten einen zeremoniellen Zweck. Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Hm. Wie geht ihr? Wie soll das denn mal gehen? Oh, Secret! Secret, 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 Secret! Obtet ihr Lara? Nimm es! Nimm! Danke. Wie mache ich da denn auf? Ach, nee. Nicht von der Seite. Da! Hä? Ah, okay. Okay, ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Es geht da hoch. Ich hoffe, es kommt nicht noch ein Jaguar. Na, woher habe ich das? Ich gebe euch einen Tipp. Das ist ein Disney-Film und da spielt ein Bär mit. Vielleicht wisst ihr jetzt, woher ich das Jaguar hab. Ah, ich muss runter. Äh, runter. Ja, danke. Lara. Sehr nett von dir. Ähm. Und jetzt? Äh, I don't know. Ähm. Lara, hilf mir. Sorry. Ähm, da habe ich gerade mal das Mikro ein bisschen beiseite gestumpft. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so laut gehört. Oh. Kann ich da? Kann ich da hoch? Ah. Ah, Kamera, dreh dich! Bitte, please! Ah, ich kann hier nicht springen. Ähm. Laura. Und eins. Und zwei. Und drei. Und... Oh, yes. Laura macht hier mal Glimmzüge. Jetzt geht da hoch. Warum kannst du da nicht hoch? Ich kann die Kamera auch nix drehen. Doch so. Nee. Also, weiter kommt sie doch nicht. Also, irgendwas... Ach. Klar, da kommt sie doch auch so hoch, ich Idiot. Bei den Rätseln bin ich top, aber wenn es so einfach ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich weiß, dass hier einer ist. Ich werde doch gleich gefressen. Ich weiß nicht warum, aber ich speichere mal. Ich glaube, ich weiß auch warum. Genau. Part is over. So, meine Lieben. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Zwinita.